Nur das Team gewinnt. Wir haben zwar mit unseren Räumlichkeiten, ich sage mal wie bei einer Fußballmannschaft, ein tolles Stadion gemacht, aber Erfolg hat die Mannschaft und da wollen wir einfach die besten Spieler haben. Die kriege ich entweder von außen oder ich muss sie weiterbilden, dass sie die Besten werden auf dem Markt. Untertitelung des ZDF, 2020